Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir vor euch die Sampler 4 Vinyl Edition von der 187 Straßenbande. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinyl Inhalt. So natürlich auch die Links zum Album, zu Vinyl und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sampler 4 von der 187 Straßenbande, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir werden das Ganze mal aus dem Plastik befreien und uns dann im Detail ansehen. So, schauen wir mal kurz, wo wir das hier am besten öffnen. Am besten hier. Also, so sieht das Ganze aus. 187 Straßenbande präsentiert Sampler 4. Unten Links auch nochmal 187 Straßenbande. Das Logo erinnert etwas an dieses Verbraucherhinweis, harte Texte Logo. Und dann haben wir hier natürlich die Mitglieder der Straßenbande. Also, es beginnt hier oben links bei Safir, Jesus, Bones, Maxwell und Alex ganz rechts. Dann haben wir hier Sampler 4. Spannenderweise alle in Schwarz-Weiß gehalten. Bis auf der Pullover und das Auto von Bones. Also, die Ketten und die Armbanduhr von Bones farbig, genauso wie der Pullover. Und natürlich der CL von Chazers und Bones auch farbig. Mittlerweile ja Platin. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 16 Stück an der Zahl. Einige Features. Wir haben Features von Rav Camora. Die restlichen sind dann doch... Nein, das einzige Feature. Also, obwohl hier so viele Künstler angeführt sind. Aber das sind wirklich allesamt immer Mitglieder von 187. Wirklich das einzige Fremdfeature sozusagen Rav. Von diesen 16 Tracks sind meine Favoriten. Einmal Track Nummer 3. Millionär von Bones und Chazers. Und einmal der Track... Wo haben wir denn hier? Track Nummer 12. Was ist passiert? Auch hier wieder die Mitglieder der 187 Straßenbande in Schwarz-Weiß abgebildet. Und dann haben wir hier unten noch die diversen Credits und einen Barcode. Und ja, nachdem das Ganze ja nicht als Box erschienen ist damals, habe ich mir das auf Vinyl oder in Vinyl zugelegt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein riesen Vinyl-Fan. Deswegen war das ganz passend. Und im Innenbereich sehen wir auch wieder die 187 Straßenbande. Bones und Saphir in der Hocke. Die restlichen anstehen. Rechts lesen wir wieder Sampler 4, 187 Straßenbande. Und wir haben hier eine Doppel-Vinyl. Wir fangen mal an auf der linken Seite. Also wir haben hier eine schöne Wand, die hier von Frost zugeschmiert wurde. 187 Straßenbande. So sieht das aus. Auf der Rückseite nochmal die Mitglieder. Im Kreis stehend. Okay, spannenderweise, obwohl ich jetzt die linke Seite rausgemacht habe, ist das hier die C- und D-Seite. Also wir haben hier C- und D-Seite mit der Tracklist aufgeführt. Das dürfte dann wohl die D-Seite sein. Allerdings steht das hier nicht drauf, sondern 1 auf 7 Straßenbande. Also man hat es jetzt hier so gelöst, dass man auf der einen Seite gleich beide angeführt hat. Eben C und D. Klassisch in schwarz gehalten, die Vinyl. Machen wir die mal wieder rein. Und dann haben wir natürlich noch die rechte Seite. So. Und in der rechten Seite auch noch ein Download-Code. Also, auf der rechten Seite einmal Sampler 4, Safir, Jesus, Bones, Maxwell, Alex. Hier wieder bei uns mit dem farbigen Pullover. 1.87 Straßenbande-Logo. Auf der Rückseite auch hier wieder eine vollgemalte Wand. Und dann werden wir dann wohl hier die A- und B-Seite vorfinden. So ist es. Also A-Seite und B-Seite mit den jeweiligen Cracks. Auf der Rückseite lesen wir auch hier wieder 1.87 Straßenbande. Machen wir die Vinyl wieder rein. Und dann haben wir noch das hier. 1.87 Straßenbande präsentiert. Sampler 4. Dann haben wir hier einen Download-Code. www.umusic.me Da kann man mit Hilfe dieses Codes das Album als MP3 runterladen. Also, wenn ihr einer der ersten Zuschauer seid, die dieses Video sehen, dann könnt ihr diesen Code natürlich gerne noch einlösen. Nachdem ich das Album sowieso sowohl als Vinyl als auch auf CD habe, habe ich für diesen Download-Code in diesem Fall keine Verwendung. Schenke ich euch. Wir fassen zum Abschluss noch mal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet von Sampler 4. Wir haben einmal diese Vinyl hier mit der A- und der B-Seite. Und dann haben wir noch diese Seite, diese Vinyl mit der C- und der D-Seite. Und dann, wie so oft bei Vinyls, dann auch noch der Download-Code für die Dateien in MP3. Ja, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Sampler 4. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl Edition? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 1.87 Straßenbande unterstützen möchtet, dann findet ihr Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.